Minecraft, aber jedes Level macht uns schneller und damit heyo Leute, CrimeX hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Wir spielen heute den Minecraft Speed Simulator gegen Alphastein, was geht ab? Fortnite! Wir spielen nicht Fortnite, wir spielen Minecraft. Fortnite, Minecraft Speed Simulator, was geht ab, Krimming? Leute, wir starten jetzt hier mal das Ding, lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Und Alphastein, wer zuerst von uns Level 1000 erreicht hat und der schnellste Spieler ist, hat gewonnen, okay? Okay, look! Dann 3, 2, 1 und let's go! Leute, oh mein Gott, ihr seht, wir sind komplett langsam. Alter, was ist das denn? Guck mal, man muss auf die Leertal schauen, dann ist man richtig schnell. Wir sind einfach Level 0, aber... Ja, oh mein Gott, ich hab den Block eingesammelt. Man kann hier einfach so eine Geldblöcke... Ja, man kann hier einfach so eine Geldblöcke einsammeln, damit kriegen wir hier nämlich Münzen. Ich hab 5, 5, 5... Oh, damit können wir uns Upgrades kaufen. Und Leute, wir können natürlich auch hier schneller werden. Und zwar, wenn wir hier diese Orbs aufsammeln, dann werden wir nämlich schneller. Dann machen wir hier Level Up und können uns dadurch schneller bewegen. Oh Gott, ich bin auch so langsam hier, Bro. Alter, ich muss hier auch Leertaste so spammen. Bro, man muss hier so die Leertaste spammen, damit man einiger was stellen ist. Guck mal wie viele. Oh, zack. Ja, ich bin Level 5. Was? Oha, okay. So ist noch mehr Level, dass man noch mehr Level. Ich bin aber schon Level 10. Ja, Level 10. Oh mein Gott. Level, 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 Level. All mein Level. Level, 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 Level. Blah, 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 Blah. Okay Ich brauche die Level Bro, ich bar jetzt einfach auf 500 Dollar Und dann kaufe ich mir jetzt hier gleich Mein erstes Pad, Junge Checkst du das? Boom Oh mein Gott, okay, ich habe 550 Ich kaufe mir jetzt hier mein erstes Pad schon Oh, ich hoffe, das wird ein gutes Pad Wow, ist ein Hase Oh, jetzt kann ich springen So, Alphastein Damit kann ich hier nämlich auf die Berge Hochspringen Das war's für dich, Alfie Nein, darum sind so viele Münzen Das war's Oh mein Gott, die ganzen Münzen gehören mir Oh mein Gott Ich bin schon Level 23 Welches Level bist du denn? Ich habe auch einen Hasen Oh, okay, okay, er hat auch einen Hasen Das sind aber hier alles meine Level Jetzt gibt es aber nicht mal den Sprint Bug Der ist weg, nein So, zack, zack Okay, alles schön einsammeln Ja, jetzt können wir zum Glück nicht mehr hämmern Ist ja vielleicht besser so Das ist so unfair Oh, zack Hier gehen wir einmal hoch Das ist alles meins hier Wie viel Level hast du, Bro? Bro, ich bin schon Level 35 Ja, ich bin 34, Bro Oha Okay, wir sind echt voll Ey, machen wir mir einen Ey Mein Hab ich Nein, das reicht nicht Bro, das blaue 45 Ich habe das blaue aufgesammelt Bitter wird 55, Bro Bro, und jetzt kaufe ich mir hier nämlich nochmal ein zweites Pad Oh oh Und bam Oh, was habe ich denn jetzt? Eine Schnecke Was bringt die Schnecke? Oh, da müssen wir auch gleich mal schauen Ich habe mehr Glück, mehr Geld vielleicht Oh, das wäre krass Ich gucke mal, ob das mehr Geld bringt Hier nochmal ein Level aufgesammelt Ich habe einen Babycreeper Ich bin jetzt richtig schnell Oha, oha Du bist ein roter Babycreeper Das sieht richtig auf die Gange Was? Okay, das ist krass Ich bin viel zu schnell ein Crymax Oh mein Gott Ich kaufe mir jetzt aber sogar nochmal ein drittes Pad, Bro Du checkst nicht, was hier abgeht Oh Oh Boom Was habe ich jetzt nochmal? Man kann nämlich auch gucken, Leute So, man muss sich auch Essen kaufen Okay, Leute Hier sehe ich nämlich, was ich hier schon habe Ich habe Jump Boost und Lack 1 Okay, und hier Äh, ja Keine Ahnung Aber ich habe Ich habe doch aber schon drei Pads Warum habe ich nur zwei Upgrades da? Vielleicht weil die auch Ich würde das gleiche bringen Ah Oh mein Gott Da ist dann Geldverschwendung Oh, das ist gar nicht gut, Leute Egal, egal Wir machen weiter Ich habe Angst, zieht los Oh Zack Nein Ich hoffe, er kriegt nichts krasses, Leute Eine Eidechse Nee, das ist irgendein Insekten Eine Eidechse Okay Aber Oh mein Gott Ich bin schon auf einem übelst hohen Level Du checkst das gar nicht Ich habe Speed 1 und Jump Boost Okay, bei mir ist nicht so gut, Bro Oh, Glück Ich brauche eine Schnecke für Glück Ja, Bro, aber ich habe das Gefühl Diese Schnecke bringt gar nichts Ich kriege Ah, doch Jetzt habe ich 100 gekriegt Okay, okay Oh, oh Also man kann eventuell doppeltes Ding bekommen Bei den Dingen Äh, wenn man eine Schnecke hat Okay, also Schnecke ist eigentlich voll gut, Leute Und Alpha Stein hat es nicht Nein Was, wie viele Level ich dafür habe, Bro Ja, wie viel denn Bro, ich habe einfach Ich habe 100 Level Ja, also um ehrlich zu sein Ich habe 99 Du hast geschummelt Warum habe ich geschummelt? Oh mein Gott Schnecke bringt ja übelst was Guck mal Ich bin jetzt schon wieder bei 1300 Und weißt du, was ich jetzt nämlich mache Ich spare jetzt auf 2500 Um in die nächste Welt zu kommen Oh, oh Du kommst gar nicht hinterher, Alpha Stein Oh, einfach langsam bitte Oh, ey, Leute Aber guck mal Man läuft jetzt hier schon echt schnell Also ich muss sagen Das ist jetzt schon ziemlich nice hier So Oh mein Gott Ich sammle Bro, ich mach Alter, nein Es geht darum, wer zuerst durch ist hier Doch, doch, doch Ich will gar nicht mit dir spielen Ich will vor dir fertig sein Damit ich hier gewinne Ja, ich bin einfach der bessere Minecraft-Spieler von uns beiden Das musst du auch mal akzeptieren, Junge Oh mein Gott Du weißt schon, ich kenne Don, Alpha, persönlich Ja, toll Keiner hat Angst vor Don, Alpha Na gut Oh, hier ist doch mal ein 10er-Ding Ich habe noch einen Baby-Creeper Und ich, also, äh, Alpha Ich gehe jetzt mal in die nächste Welt rein So, zack Mach das nicht Oh mein Gott Leute, jetzt können wir hier schon Emerald-Blöcke aufsammeln Also für dich ist gleich Jetzt ist Ende für dich, Alpha Jetzt ist Ende Ich habe einfach krassere Pets als du Oh mein Gott Oh mein Gott, Bro Oh mein Gott Und das Coole ist einfach Die ganze Welt hier gehört mir Und Alpha-Stein kann sie nicht mitbenutzen So, ich gehe jetzt aber raus Und klaue dir trotzdem sogar noch deine Goldblöcke Ich nehme dir sogar noch ein bisschen deine Goldblöcke weg Und jetzt gehe ich hier rein Und oh mein Gott Ich sammle jetzt hier gerade das ganze Emerald auf Oh mein Gott Was bringt Emerald? Warte mal, wir gucken mal Jetzt haben wir 850 1050 Das hat gerade einfach 200 gebracht Oh mein Gott Okay, Ende Ende für dich, Alpha-Stein Ende für dich Ende im Gelände, Bro Ich habe gleich genug Ende im Gelände Ich sammle jetzt richtig viel Geld Und wenn du dich gleich hier reinkauf musst Das kaufe ich mir jetzt nämlich schon Einfach ein richtig krasses blaues Pad Egal, ich bin mir sicher Ich werde dich noch auffolgen Weil, um in das Nix-Level zu kommen Brauchst du 30.000 Das wirst du niemals schaffen, der Kraming Oh, das werde ich auf jeden Fall vor dir schaffen Weil ich hier schon... Oh mein Gott Guck mal, ich habe 3.200 Cash Das ist nix Ey, ich kaufe mir gleich so heftige Pads Ich werde mir gleich so heftige Pads kaufen Das ist überhaupt nix Oh mein Gott, du checkst gar nicht, was abgeht Du checkst gar nicht, was hier abgeht Ich bin 125 Ich bin 126, Bro Hier gibt es mehr Level auf dieser Weg Ja, ich bin nicht so auf Level gegangen Das stimmt Aber alles gut, Leute Zack Nein, nein, die Level sind wichtiger Du kannst die neue Zone doch gar nicht kaufen Ja, quatsch mich nicht voll Bis wir so viel Geld haben, habe ich auch mehr Level Nein Oh, du willst mich hier nur ein bisschen verunsichern Weil du nicht so viel Tech wie ich hast Zwei blaue, ich bin level 160 Oh, okay, okay, Leute Gut, wir müssen natürlich auch aufpassen Weil wenn Alphastein viel schneller als wir ist Dann wird er uns natürlich hier die ganzen Sachen wegsneaken Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier raus Zack Und ich kaufe mir Ey, Alphastein, du checkst nicht, was ich mir jetzt kaufe, Bro Ich kann auch in die neue Zone, los Gut, viel Spaß in der neuen Zone Zack, 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 zack Bro, weißt du, was ich mir jetzt hole? Ich hole mir jetzt dreimal blaue Pads hier Ey Boah, ich habe einen Wehrwolf Oh mein Gott, ich habe einen Wehrwolf, Bro Was kriege ich jetzt? Ey, lass mich Avocado kaufen gehen, Mann Boom Okay, nochmal einen Wehrwolf Komm, gönn mal was anderes Ey, ey, kann nicht in den Shop gehen, Mann, wegen dir Und jetzt, was habe ich jetzt bekommen? Oh mein Gott Speed und Luck Ich habe Luck 2 mittlerweile und Speed 2 Oh mein Gott, jetzt Ende für dich Bro, ich habe jetzt so ein Glück Oh mein Gott, jetzt Ende Jetzt ist Ende für dich Jetzt ist Ende im Gelände Das ist überhaupt nicht gut für mich Das war's für mich Ey, Bro, ich kriege jetzt einfach 150 hier Allein, wenn ich so eins hier aufsammle Jetzt gehen wir mal bei den Emeralds rein Ich kriege ja voll wenig Oh mein Gott Oh mein Gott Wie viel ich bekomme Ich kriege nur 75 Ach, du Heilige Ja, weil du gar keinen Glück-Multiplikator hast Guck mal Guck mal, ich habe jetzt schon wieder 3000 Bam, 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 bam Oh mein Gott, geht das schnell Also ich sage Alphastein, ich will dir natürlich einen Tipp geben Weil du mir leid tust Ich sage mal so Man muss auf gute Pads hoffen Man muss hoffen, Luck-Pads zu kriegen Danke für den Tipp, Bro Ja, gerne, Bro Gerne, Bro Das Ding ist, ich mache einfach das Doppelte an Geld Selbst wenn ich hier die Goldblöcke hier draußen einsammle Es reicht jetzt Das ist richtig entspannt für mich Das ist das beste Leben hier Du hast genug Geld, dein Krimmage Nein, noch lang nicht Und weißt, was ich jetzt mache Ich spare jetzt auf ein 15.000er-Pad Und dann ist komplett Ende im Gelände für dich Wie viel Level hast du, Bro? Äh, levelmäßig bin ich bei 210 Oh, habe ich jetzt auch, na gut Kriege ich auch Ja, ich bin ein krasser Sprint-Simulator-Spieler Ich bin Sprint-Simulator-E-Sport Guck mal, Bro, ich habe schon 10.000 Ey, das geht so schnell mit unserem Luck-2-Pad Oh mein Gott Den Punkt gebe ich dir ein Krimmage Alty, kommt gar nicht Der hat jetzt hier nochmal ein 10er-Level aufgesammelt Aber mehr wirst du sonst nicht mehr erreichen Ende im Gelände, Bro Ende Für dich ist Ende im Gelände So, guck mal, ich kaufe jetzt hier Zack Zack, hier gleich 15.000 Und dann kaufe ich mir ein goldenes Ei Und dann ist glaube ich für dich Ich habe eigentlich aber eine Schnecke, endlich Oh, oh, jetzt hat er auch mal ein Luck-Pad Okay Oh, du checkst aber nicht, was gleich abgeht Ich kriege jetzt auch viel mehr Geld Ich kriege 200 jetzt 200, okay, das heißt 200, das heißt du hast das Äh, ich glaube du hast Luck-1, oder? Luck-1 Luck-1, okay Oh, oh Ah, Luck-1 ist natürlich, ist süß Ist süß, Bro, Luck-1 Ja, stimmt Ist süß Aber du musst dir ja nichts klauen, Bro Bro, ich klaue dir hier alles weg Oh, ein blauer Ohr, wichtig Ich bin auch fast schon Level 300 Von Level her Was? Ja, ja, ja Läuft richtig krass bei mir Oh, oh Leute, das wird nichts Oh, gleich 15.000 Gleich 15.000 Hör auf jetzt, übertreibst du ein bisschen Bam, bam Nein, ich bin, ich bin, ich bin einfach Profi-Spieler Lass dir die Zuschauer, will die sagen, dass du übertreibst, Max So Oh mein Gott Bro, jetzt ist wirklich Ende für dich Jetzt ist Ende So, weißt du, was ich mir jetzt nämlich kaufe? Das 15.000er-Ei Kein Haustier Ich kaufe mir jetzt das 15.000er-Ei Das war es für mich Was habe ich? Ich habe ein Hai Was ist das? Ein Hai habe ich gezogen Leute, ich glaube, meine Bahn kommt Ich glaube, ich muss wegfahren Was hat das gebracht? Less Hungry Ah, okay Ist jetzt nicht Ah, okay Ich verliere nur mehr War jetzt leider nicht so der krasseste Game Changer Muss ich leider sagen Sehr gut Aber gut, ich sage mal, ich muss halt weniger Avocados kaufen Sehr gute Sehr gute Hat mich jetzt leider nicht so Sehr gute Haustiere Das war leider kein Gutes Du hast keine gute Haustiere Aber egal, ich gehe gleich nochmal Ich gehe gleich nochmal auf den Schweil Ich gehe nochmal auf den Schweil Aber ich sage es so Ich habe 13 Avocados im Inventar Und habe Less Hungry Stufe 2 Also ich glaube, ich muss jetzt Ich glaube, ich muss auch keinen Boxenstopp jetzt mehr machen Ich werde jetzt direkt wieder Oh, du feierst dich, weil du 2000er hast Oh Oh mein Gott Okay, aber keine Schnecke, oder? Ich glaube, du hast keinen Lack 2 Solange er keinen Lack 2 hat, ist alles gut Glaube ich nicht Ja, wie schnell bist du denn? Ich bin 342 Ich sage dir gar nichts Ich gebe dir keine Tipps mehr Ah, Tipps Danke Und Schnecke Nein Ach, Mann Ja Hey Oh mein Gott, Bro Wenn ich hier einmal durchrush, mache ich so viel Kohle Bring dir nix So Brrrr 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 So, also ich bin jetzt wieder bei Ich werde nochmal Ich gehe auf Risiko, Leute Ich gehe auf Risiko, Misiko Und werde mir nochmal versuchen, Goldpets zu holen Für 15.000 Weil, Bro, wenn ich Lack 3 dann bekomme Dann ist wirklich Ende Dann ist Ende für dich, Alfie Dann kannst du einpacken Das wirst du aber nicht schaffen Du hast schon genug Glück in diesem Spiel Ja, es ist halt Es ist halt wirklich ein bisschen Glückssache Muss man einfach echt sagen Oh, du hattest nicht mal annähernd Du warst nicht mal annähernd an den 15.000 dran Hörst du rede, sei Kraming Oh mein Gott Ich bin Level 417 Oh oh Bro, ich bin schon fast zu schnell hier Wui Oh 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 Bro, 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 Bro Für mich ist es vorbei, Leute Ich sage ehrlich Bro, 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 Bro Ich werde niemals aufgeben, Bro Du solltest aber aufgeben, Bro Oh mein Gott, okay Leute, ich habe jetzt wieder 15.000 Alfie Statement Bringt dir nix Ich kann jetzt wieder 15.000 umgehen Ich schon So, und neues Gold Egg Was kriegen wir? Schneck Nein, was ist das? Was ist das? Lacktroll Nein Bro, der Fisch bringt Lacktroll Nein Okay, das war's Das war's für dich Guck mal, wie viel Geld ich bekomme Ich habe 100 Tausend Bro, ich kriege 900 pro Emerald Block Also Bro, Bro, jetzt ist wirklich Ende für dich Das ist wirklich dein Ende Hast du mittlerweile überhaupt Lack 2? Ich kann rausgehen, Leute Du hast aber Lack 2, oder? Mittlerweile Nein Nein, hä? Aber du hast doch 8.000 schon Bro, ich gebe dir einen Tipp Ich gebe dir einen Tipp Mach jetzt Mach einfach Du musst die Dinge Das bringt nichts Du musst Mach die blauen auf Vier blaue auf Und hoff, dass du die Schnecke kriegst Bei Lack 2 ist schon mal besser Guck mal, Leute Alphi, tut mir schon so leid Ich gebe ihm sogar schon Tipps Bro, ich gehe einfach gleich in die nächste Welt So viel Geld mache ich hier Ich gehe einfach gleich in die 30er Welt In die 30k Welt, Junge Das ist nicht fair, Crymax Ich seh' ehrlich Guck mal, selbst hier draußen Die goldenen Was kriege ich für so einen Goldblock? Du musst jetzt das alles freigeschalten Und Bam Ich habe wenigstens Glück 20 gerade Ah, okay Hier die Goldbleib Geben mir 500 Auf süß, Leute Auf süß Hä? Warte mal, ich kriege auch jetzt mehr Geld Wieso? Ja Wahrscheinlich hast du auch Lack, Bro Guck doch einfach mal Ich glaube, ich habe was herausgefunden, Crymax Was hast du rausgefunden? Damit werde ich dich aufholen Was hast du rausgefunden? Warte, ich gucke mal Wir gucken einfach mal aus Alphi Was hast du gleich sehen, Bro Du hast Lack 2, Digga Du hast Lack 2 Deswegen machst du wahrscheinlich mehr Geld Nein, Bro Hä? Was kaufst du dir? Was kauft er sich da, Leute? Äh, Crymax Hä? Ach, man kann hier reingehen Äh, was bringt das? Gift zu Coins? Was bringt das hier drinnen In der Box? Was kaufst du da? Du verlierst Geld Hä? Was kann man da machen? Crymax Okay, Alphastein Verunsichert mich hier gerade ein bisschen Aber alles gut, Leute Wir machen Wir gehen einfach unser Ding voran Ich gehe jetzt gleich in die nächste Welt Alles ist gut Ich brauche kein Essen Und dann, wenn ich in der nächsten Welt bin Dann ist eh Ende für Alphi Dann ist eh Ende für Alphi Guck mal, 30.000 Also dann viel Spaß in deiner Schmarsch Ich gehe 300 Das ist zu wenig Viel Spaß in deiner Emerald-Welt, Bro Ich gehe jetzt nämlich in die Diamond-World Oh, 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 oh Und was kriegt Was, ein Diamant? Oh mein Gott, Bro Ende, Ende, Ende Guck dir das an, wie viele ich hier bekomme Bro, ich mache irgendwie 1.800 oder so pro Ding Oh mein Gott, guck dir das an 10.000 jetzt schon Bam Also wirklich Ende Ende, Ende, Ende Ja, ich glaube, wir machen Ich glaube, wir machen 1.850 oder so Oh, schön für dich Ich hole dich gleich auf Das bezweifle ich sehr stark, Broski Das bezweifle ich leider sehr, sehr stark So Und wir können eigentlich auch mal schauen Oh, hier kommen auch nur noch 10er-Level-Orbs Ich mache hier nur noch 10er ab Oh mein Gott Also, Bro, wirklich Guck mal Guck mal, jetzt schon wieder 30.000 Ende für dich, Alfie Ende Es ist leider einfach Ende Diesen Simulator Du hast dich mit dem Sprint-Simulator-Meister angelegt Ich bin bei Level 520 Ich habe 420, na gut Ja, ist ja fast das Gleiche Wir klären das noch, Freunde Max hat doch gar nicht gewonnen So, warte mal, was kostet das nächste Das nächste Ei kostet nur 30.000 Das ist ja nix Das ist ja nix Guck mal, ich mache ein Epic Ich mache ein Epic-Ei auf Das ist ja gar nix für mich Was habe ich jetzt? Flight Hä? Warte mal Bro, ich kann fliegen Oh oh Ich kann einfach fliegen Ich fliege einfach durch die Gegend jetzt Ich habe jetzt Flug-Ability bekommen Das klingt sehr gut für dich Guck mal Leute Wir fliegen hier einfach hoch Zack Das freut mich für dich, Herr Kram Ich bin ein bester Freund Oh mein Gott Ende, Alfie Ende Was ist gerade zu deiner Taktik? Kommst du überhaupt noch hinterher? Oder hast du schon aufgegeben? Sehr ehrlich Hast du schon aufgegeben? Ich gebe noch volle Energie Mhm, okay Also es gibt ja 3 Epic-Sachen Die man kriegen kann Und die maximale Stufe ist eigentlich Wenn du Less Hungry 2 hast Jump Boost Flight Luck 4 Speed 4 Okay, also wir brauchen jetzt noch Luck 4 und Speed 4 Komm, wir kaufen uns nochmal ein Ei Zack Nochmal ein Epic-Ei Was haben wir jetzt? Wir holen die nachher rauf Der denkt, der ist gut in Minecraft Keine Ahnung, was uns das gebracht hat, Leute Hat leider, glaube ich, nichts gebracht Irgendwas doppelt Wie teuer kostet die neue Welt 30? Ein 30er Kostet ein 30er Lohnt sich aber Was soll ich das denn schaffen? Ah, guck mal Ich bin schon wieder bei 39 Ich glaube, ich spare Ich spare jetzt einfach auf Nein, nein, nein Du bist einfach schlecht im Speedrun Simulator Warum bist du so schlecht, Alfie? Du fühlst dich, Iconic Du fühlst dich hier ein bisschen zu krass Ja, ich fühl mich sehr krass Weil bei mir krass läuft Du fühlst dich ein bisschen zu cool Habe ich gerade das Gefühl Oh, guck mal Leute, sollen wir einfach mal auf 100.000 sparen Bis Alfie kommt? Du weißt nicht, mit wem das zu tun hast Du denkst, du kannst dich über mich lustig machen Ja, ich mach mich die ganze Zeit über dich lustig Weil bei dir läuft überhaupt nicht, Bro Das denkst du? Guck mal, Bro Wer jetzt zu dir kommt Guck mal, wer gleich die 100.000 hat Und sich jetzt drei mal ein Epic-Eier holt Das wird dir leider gar nichts bringen, Bro Also ich sag so Ich kaufe mir jetzt gleich drei Epic-Eier Und, äh Ja, die haben einfach alt Guck mal, Bro Ich kaufe mir jetzt Ich kaufe mir jetzt drei Epic-Ecs Die Wahrscheinlichkeit, dass da einmal Luck 4 dabei ist Ist sehr hoch Und dann ist es eh vorbei für dich Dann mache ich wahrscheinlich 5000 pro Ei oder so Was haben wir? Du wirst trotzdem immer zu neun sein Komm, weißt du, ich gehe nicht zu uns verfehlen Okay Und Wie viel braucht man für die nächste? Zu viel Ja, Bro Ende, Ende Ich habe Luck 4 Ich bin voll equipped Flight, Luck 4, Speed 4 Alles, Bro Also wir haben wirklich alles, alles, alles Oh, oh Pass mal auf, wie viel ich jetzt bekomme 44.000 Ach, Bro Ich mache einfach 3600 pro Ding Oh, oh Das ist, ähm Sehr schön Sehr gut, sehr für dich Ach, du heilige Ach, du heilige Ende Guck dir an, wie viel Geld ich mache Alphastein 13.000 Ich 80.000 84.000 87.000 Und fliegen Guck mal, fliegen kann ich auch Ich fliege hier einfach an die ganzen Dinger dran Auf entspannen, hier Auf entspannen, Bro Auf entspannen Ich freund mich auf jeden Fall Für dich Sag, wir gucken mal, wie viel brauchen wir für die nächste Welt Ach, 250.000 Ja gut 250.000 sind ja nix für mich, Leute Das ist ja nix für mich Das ist viel, Gang Ich sammle hier mal kurz ein bisschen die ganzen Smaragd hier drüben auf Wie viel gibt mir ein Smaragd? Ah, 2000 Auf entspannt, Bro Auf entspannt Zwar nicht so viel wie Diamanten Aber hier sind natürlich sehr viele hier drüben Weil die die ganze Zeit gespawnt sind Ich denke wirklich, er hat Minecraft durchgespielt Aber er weiß gar nicht, wie ich ihn gleich aufholen werde Bro, ich hab zehnmal so viel wie du Wie willst du mich aufholen? Du kennst doch nicht die geheime, ähm Luck-X-Taktik Ah Davon hab ich noch nie was gehört Bro, wie selber Hast du dir schon mal so ein Epic-Ei geholt? Nee, wahrscheinlich noch nicht, ne? Das, das mach ich jeden Monat Bist du arm dafür, ne? Ich glaub, du bist zu arm dafür Ja, ich hab jetzt auf den Lock mal geholt Mal gucken, was wir freigeschaltet haben Let's go Was hast du gekriegt? Ach, weniger Hunger Oh Mann, und dann auch noch so das Unnötigste Aber man muss sagen Ich schaff das nicht Seit ich weniger Hunger hab, musste ich nie wieder was essen Also das ist, ist schon eigentlich nicht schlecht auch So, also ich hab jetzt die 200er-Tausend-Marke geknackt, Alfie Du weißt, ne? Ich schaff das niemals Du weißt, Bro Ich schaff das nicht, Bro Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht mein Geld komplett sinnlos ausgebe Und du nicht komplett krasse Sachen bekommst, dann war's das hier Vielleicht muss ich die billigen Eier aufmachen Nee, das glaub ich nicht Also ich, äh, bin jetzt übrigens auch Level 700 Ich bin auch bald Level 1000 Ich bin 750, Bro Was? Oha, okay, er hat ein höheres Level als ich Aber ich grinde auch grad nur auf, äh, Geld Oh mein Gott, Bro, ich hab 240.000 Ich hab's gleich Oh oh Zack Kann man in die neue Welt dann schon? Ja, also ich kann jetzt in die neue Welt gehen Tschüss Oh oh Und Freigekauft Oh mein Gott, wie krass Bro, du kommst da sogar nur rüber Mit Flugding Und ich hab ja Flug Warte mal Lol La 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 Nein, komm schon Alter Bro Ein Crymex wins Das ist ein kompletter Diamantraum Guck mal, Bro Wie viel Geld ich mache Alles, was ich berühre Oh mein Gott Ey, Leute Wir haben Alphastein komplett zerstört Ich bin super reich Musik Ey, guck mal Ich hab sogar eine Krone auf Ich komm mal zu dir rüber Ich komm mal zu dir rüber, Dunub Bleib mal drüben Alphastein Verbeug dich vor deinem König Du schaffst es nicht rüber Leute, er versucht es immer noch Also Leute Speed Simulator King Ein Crymex Hat das Ding gewonnen Lasst ein Like und Abo da Bis dahin Haut rein, Leute So, euer Kredix.